In einer Reihe von Videos geht es jetzt um den Inhalt dieser Schale. Jetzt erst mal das Intro und dann erzähle ich euch, was da drin ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Klügel und diesen Vorspann werdet ihr ja vor allen Videos sehen, die ja mit diesen Zetteln zu tun haben. Welches Video gerade läuft, das blende ich euch da ein. Ich stecke alle Videos in eine Playliste, die könnt ihr da drüben abrufen in der Infobox. Ich nenne das jetzt mal Zettelvideos. Ja, um was geht es? Also ich habe hier ganz viele Begriffe mir gestern Abend und heute den ganzen Vormittag immer wieder in eine Textdatei geschrieben. Da ist zum Beispiel Fotokina drin, da ist Kamera drin, da ist Bildbearbeitung drin. Alle diese Begriffe, da werde ich etwas dazu sagen. Die kommen kreuz und quer. Ich werde wirklich nicht schauen, was ich ziehe. Und ja, so etwa nach 10 Minuten mache ich dann mit dem Video Schluss und es fängt das nächste Video an. Und ihr habt einfach Spaß dabei und hört vielleicht etwas, was euch interessiert. Und ich bin sehr gespannt jeweils auf die Reaktion, auch auf eure Meinung. Die könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung kundtun. Bleibt höflich, dann passt das schon, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und ja, schreibt nicht nur irgendwie einen Satz, sondern ruhig ein bisschen mehr, damit man weiß, was ihr denkt, was ihr meint. Und jetzt geht es los. Dieser Topf wird einfach nicht leerer. Wenn ich den Stapel da angucke, da ja nichts drauf ist. So, was haben wir denn jetzt? Das ist ein kleiner Zettel. Bit-Tiefe. Hui, das ist aber technisch. Bit-Tiefe. Also, man redet ja immer über die Dynamik, die Bit-Tiefe von einem Sensor. Wie viel kann der? Ist das 12-Bit? Früher war es 10-Bit. Das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf die Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit mehr Bit bessere Bilder macht, würde ich das jetzt mal nicht unbedingt bejahen. Nur, ihr, sagen wir mal so, ihr stoßt nicht so schnell an die Grenzen, wenn ihr extreme Kontraste habt. Wenn ihr jetzt zu den Leuten gehört, die eher im Studio arbeiten oder so, macht euch da nicht so einen großen Kopf. Also, 10-Bit ist mit Sicherheit immer noch eine Kamera, mit der man arbeiten kann. Wer natürlich jetzt ein Update hat, dann kann man auf 12- bzw. 14-Bit schielen. Beim Mittelformat gibt es sogar 16-Bit. Liegt wohl auch an der Größe des Sensors, dass man das da machen kann, dass es sich lohnt. Aber die meisten Leute werden den Unterschied nicht sehen. Oder wenn ihr eure Bilder ja nicht wirklich richtig bearbeitet, also wirklich dran sitzt und guckt, dass ihr alles rausholen könnt an Informationen, die der Sensor gespeichert hat. Also, sprich in den Tiefen, in den Schatten und so weiter. Dann werdet ihr von den vielen Bit erstmal nicht so viel spüren. Da gehört eben ein bisschen mehr dazu. Es ist vielleicht ein Kaufkriterium, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, nur weil die nächste Kamerageneration rauskommt, die dann vielleicht 16-Bit kann oder irgendwann 18-Bit. Nein, das hat alles seine Folgen wieder. Das ist genauso wie Megapixel. Es macht die Daten größer und auch die Rechenzeit und die Bearbeitung. Und man muss eben bearbeiten können. Ihr braucht einen geeichten Monitor und den ganzen Kram. Also, soviel zum Thema Bit-Tiefe. Ist zu bewerten, aber ihr braucht die nicht da oben anzusiedeln. Finde ich. So, mal wieder krabbeln. Nehmen wir was von ganz unten. Boah, wieder ein langer Text. Was kommt in meine Tasche? Also in meine Fototasche habe ich auch schon Videos gemacht, dass ich ein Liebhaber von kleinen, leichten Taschen bin. Fotorucksack hatte ich letztes Jahr wirklich mal in Benutzung. Da bin ich nach Amerika, wobei ich meine kleine Tasche im Koffer hatte, um praktisch die Sachen, die ich im Fotorucksack mit in den Flieger genommen habe, dann jeweils zu tauschen. Je nachdem, was ich gemacht habe. Also sprich, wir waren im Zoo, da habe ich ein Tele eingepackt, wir waren da, da habe ich wieder was anderes eingepackt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist größte Beliebtheit, was ist in einer Tasche drin? Mein Spruch ist da, weniger ist mehr. Wichtig ist nur, dass man ein paar grundlegende Dinge nicht vergisst. Da wäre eine Ersatzspeicherkarte, falls man so dumm ist und hat gar keine in der Kamera. Also sprich, kontrollieren. Dann, immer der Ausrüstung, ist der Akku voll. In meinem Fall mache ich wirklich immer die Kamera an, sehe keine Speicherkarte drin, ein Akku leer, wo ich einen Batteriegriff habe. Normalerweise mache ich auch nie so viele Bilder, dass jetzt zwei Akkus wirklich leer werden. Ich habe dann meistens trotzdem einen dritten dabei. Kabelauslöser, Stativ. Ja, also ich habe schon ein Stativ mitgenommen und hatte kein Stativgegenstück an der Kamera. Das passiert mir auch so nicht mehr. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich mittlerweile zum Beispiel eine Ersatz-SD-Karte, das kann eine einfache sein, die muss nicht schnell sein. Hauptsache ich habe eine Karte, die habe ich mir zum Beispiel in meine Fototasche gesteckt und da ist die drin. Und ich habe sie schon zweimal gebraucht und da war ich froh, dass ich sie hatte. Ansonsten, wie gesagt, weniger ist mehr. Leute, die eine kleine Ausrüstung haben, aber das Gefühl haben, immer alles dabei haben zu müssen, versucht es mal mit weniger. Ihr werdet überrascht sein, wie viele tolle Bilder ihr trotzdem mit nach Hause bringt. Komm raus. Porträt. Ja, also es geht um Porträtfotografie. Fangen wir mal damit an, was für mich, ich sage jetzt mal ein Porträt ist. Weil ich weiß, dass ich auch noch Model drin habe oder Aktfotografie und so weiter. Also für mich ist ein Porträt etwas Persönliches. Jemand kommt zu euch, zu mir und sagt, Sven, ich brauche Bilder. Ich möchte gerne Bilder haben von mir. Gut. Das ist was Persönliches. Das heißt, ihr könnt nicht hergehen und sagen, so jetzt mach mal irgendwelche komischen Bewegungen, wenn der sagt oder die sagt, was soll denn das, so stelle ich mich doch nicht hin. Und da hat er vollkommen recht. Wenn ihr ein Model bucht und ihr habt eine Bildidee, wo ihr jetzt sagt, ich möchte, dass die, keine Ahnung, im Indianerkostüm einen Sprung macht oder mit dem Pfeil und Bogen schießt, weil ich da irgendwas machen will damit, mit diesem Bild oder weil ich das toll finde, dann ist das was anderes. Aber jemand, der zu euch kommt und sagt, ich brauche ein schönes Bild, also ein Porträt von mir, was ich vielleicht meiner Oma geben kann zu Weihnachten oder für meine Kinder, wenn ich mal nicht mehr bin und so weiter, dann muss man als Fotograf, finde ich, sehr persönlich arbeiten. Man sollte auch, ich finde, einen richtigen Abstand zur Person trotzdem haben. Also man fotografiert eigentlich keine Menschen im Weitwinkel. A, sieht es nicht schön aus und B, rückt man ihn einfach zu arg auf die Pelle. Es sei denn, ihr habt keinen Platz in eurem Studio, dann habt ihr ein Problem. Habe ich auch schon mal bei einem Fotografen erlebt, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht, was du hier machst, aber naja, sein Bier. Habt eine ordentliche Brennweite drauf, also die richtige Porträt-Brennweite für eure Kamera. Aber Entschuldigung, ich rede schon zu lange. Wie lange bin ich hier am Sitzen? Seit zweieinhalb Stunden, glaube ich. Also das ist für mich Porträt. Wichtig ist auch zu sagen, dass Porträt-Bilder nicht einfach so rumgezeigt werden. Man sollte immer mit den Leuten reden. Hier, hör mal zu, wenn ich mal wieder jemanden habe und der sagt, kannst du mir mal zeigen, was du so gemacht hast? Sprecht mit den Leuten ab. Darf ich einen Teil oder diese und jene Bilder zeigen? Kann ich die auf meine Webseite machen? Es ist da natürlich alles mit Persönlichkeitsrecht und so weiter auch verbunden. Und wenn ihr einen Job macht und der sagt, nein, darfst du nicht, dann solltet ihr euch auch dran halten. Sonst kann es richtig Ärger geben. Hausmesse. Ja, Hausmesse. Im Prinzip eine kleine Fotokina. Natürlich, die Fotokina, die habe ich da übrigens auch noch drin. Da habe ich eine ganz persönliche Meinung mittlerweile. Ich gehe lieber auf eine kleine Hausmesse. A, ist nicht so viel los. B, sind meistens auch die Leute nicht so gestresst, weil sie zum Beispiel nicht tagelang schon auf einer Messe stehen. Sondern weil es das ein bisschen lockerer, ein bisschen familiärer zugeht. Und meine nächste Hausmesse, die ist in Darmstadt. Die Multimediale mache ich insofern Werbung, weil ich da hingehe und nicht, weil ich da irgendwas finanziell kriege. Ich sage es gleich. Jedenfalls diese Messe, wo halt diverse Leute da sind, wo auch Workshops und so weiter sind, so stundenweise Sachen. Bühne, Kameras vorgestellt werden. Die meisten kleinen, größeren Firmen sind da. Also die wichtigen. Ja, muss man sich informieren. Ich war in Karlsruhe. Habe ich auch ein Video gemacht. Das war ja kein Fotograf, der das gemacht hat. Also ein Fotograf hat das gemacht, aber kein Fotogeschäft. In Darmstadt ist es ja ein Fotoladen. Also auf jeden Fall dieses kleine, heimeliche finde ich persönlich sehr gut. Solltet ihr unterstützen. Und ihr habt da wirklich Gelegenheit, eben auch Dinge in die Hand zu nehmen. Vielleicht dann auch wirklich mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal bei Fuji vorbei. Guck mir das an. Dann gehe ich bei Panasonic vorbei. Und dann eben noch bei Zeiss. Und ihr seid dann schlauer. Und das ist, finde ich, eine schöne Sache. Und ich persönlich bin jemand, wenn ich etwas sehe, dann spüre ich die Wertigkeit. Dann merke ich, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und wenn mir was nicht gefällt, dann kaufe ich das eben auch nicht, obwohl vielleicht die Testwerte gut waren. Es gibt zum Beispiel Objektive von Zeiss. Die werden sich wahrscheinlich jetzt ärgern, dass ich das sage, aber die Batis-Reihe finde ich designtechnisch nicht mein Ding. Ich finde sie potthässlich sogar. Qualitativ hat das nichts zu sagen, aber die Haptik gefällt mir nicht. Da ist mir mein Loxia viel lieber, auch wenn es mechanisch ist, was viele andere als Nachteil sehen. So, jedes Video braucht einen Abspann. Ich sage gleich, wenn ihr diesen Abspann seht, es gibt noch weitere Videos, weil das Endvideo hat seinen eigenen Abspann. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, da oben gibt es den Link zu einer Playliste. Da habe ich nämlich alle diese Zettelvideos jetzt mal reingesteckt. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ihr habt was gelernt. Ich weiß, das ist größtenteils so ein bisschen meine Meinung, die ich da erzählt habe. Es gibt viele Leute da draußen, die eine andere Meinung haben. Das ist auch vollkommen okay. Wir können da auch gerne vernünftig da unten in den Kommentaren zu irgendeinem Punkt diskutieren. Es würde mich aber freuen, wenn ihr mir erlaubt, meine Meinung zu haben, weil ich mache auch meine Fotos. Und wenn ich hier mein Wissen oder meine Meinung mit euch teile, dann ist das ja nicht böse gemeint. Ihr müsst nichts von mir übernehmen. Ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen und eben damit selber glücklich werden. Das ist euer Leben. Ich lebe mein Leben. Ich teile nur das, was ich über Fotografie schon alles so denke, gelernt habe oder auch immer jeden Tag noch lerne. Das soll es gewesen sein. Ein Abo wäre schön, Daumen hoch wäre schön, Kommentare sind immer schön, wenn sie gut sind sowieso. Da gibt es irgendwo den Abo-Knopf, der würde mich auch freuen, falls ihr nicht schon Abonnent seid. Und wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann macht das mal. A, weil es dann einfacher ist, meine Videos zu finden. Ihr findet die nämlich bei eurer E-Mail-Adresse und seht sofort, wenn was Neues rauskommt. Das ist viel besser, als immer diese ganze Abo-Liste durchzugehen und zu schauen, wer hat denn da was Neues gemacht. Das macht man natürlich nicht bei jedem Kanal. Vielleicht macht das auch nicht bei meinem Kanal, weil ich nicht so wichtig bin. Ich sage jetzt Tschaui, Tschüss, euer Sven, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.